Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Prison Architekt. Tja, ja da geht es auch schon wieder los. Wieder wie es lesen. Na gut. In einer unserer eigenen Richtung braut sich eine Krise zusammen. Jemand hat in der Gefängnisküche Feuer gelegt. Wir müssen es löschen, um die Zahl der Opfer zu begrenzen und weiteren Schaden zu verhindern. Rufen Sie uns über die Schaltfläche Notdienst in der Wechselliste die Feuerwehr. Bringen Sie dieses Feuer unter Kontrolle, bevor das gesamte Gefängnis abbrennt. Jawoll. So, dann geht mal einer von euch da hin. Andere geht dann da hin. Schleunigen das Ganze mal ein bisschen. Jawoll. Feuer werden löschen, Feuer. Ja. Wie kann man noch einzeln los schicken? Das wusste ich gar nicht. Hätte ich die ja gleich von Anfang an da rein und los geschickt. So, Feuer gelöscht. Alles aus? Ne, noch nicht. Bin noch am löschen, die Jungs. Ah, Feuer ist gelöscht. Mein Gott. Da ist ein Überleben dazwischen den Trümmern. Äh. Sieht nicht gut aus. Grundgütiger. Das ist dann Palermo. Von allen Insassen muss es ausgerechnet unser Mafiaboss sein. Palimero, glaube ich. Die schlechte Nachricht für ihn ist, dass wir aufgrund der Budgetsenkung all unsere festen Ärzte entlassen mussten. Die gute Nachricht ist, dass unsere Krankenstation immer noch einsatzbereit ist. Stellen Sie ein paar Ärzte ein, damit sie sich um Don Palermo kümmert, soll das denke ich mal heißen. Während wir dieses Chaos beseitigen. Ja. Wir brauchen Ärzte. Ärzte, wir müssen dieses Chaos beseitigen. Ach, so weit waren wir doch schon. Reißen Sie mit dem Baggerwerkzeug die zerstörte Kantine und die Küche ab. Es müssen sämtliche Trümmer entfernt werden. Ja. Weißen Sie eine Müllzone an der Straße zu. Unsere Arbeiter werden die Trümmerteile dorthin bringen, damit die Müllabfuhr die wegstarten kann. Jetzt haben wir zu früh gedrückt, aber na gut. Endlich können Sie die Feuerwehrleute wieder nach Hause schicken. Ihre Arbeit ist getan. Ich habe für diese Ziele weitere Details in Ihrer Aufgabenliste hinzugefügt. Ja, wenn Sie einmal nicht wissen, was Sie tun sollen, führen Sie die Maus über das Ziel und Sie erhalten zusätzliche Anweisungen. Tja. Dann machen wir das mal, wa? Die schicken wir erstmal nach Hause, die beiden hier. So, dann machen wir die Müllzone. Zack, hier. So. Müllzone fertig. So, und dann wegbaggern. Hier das. Und das auch. Ja, wir stellen noch ein paar Arbeiter ein. Erstmal vier Ärzte. Ach. Zeige. Ah, so. Ja, das reicht jetzt mal. Ja, gut. Der Abriss des Symbols wird eine Weile dauern. Sie können die Zeit beschleunigen, indem Sie Schaltfläche und Schaltfläche unternehmen. Hinter der Uhr betätigen, ja, weiß ich. Alles gut. Nichts gesagt. So, warten wir fertig hier? Ja. Die Küche ist schon mal weg. Das ist doch schon mal viel wert. Wie die Bank da einfach so in den... Und der Tisch einfach in so einen kleinen Müllsack passt. Ein Eingeneranruf. Gute Arbeit. Sehen wir mal nach, wie es unseren Verletzten wird. Wahrscheinlich scheiße. Wie sieht der denn aus? Und wer ist das? Stock Corleone, oder wer ist das? Äh, 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 äh. Ja, ich glaube, er will uns etwas sagen. Nein, ehrlich? Wer von euch dreckigen Huren-Söhnen war das? Der ist ja nett. Niemand, Daddy. Das war ein Unfall. Hättet euch dreckige... Äh, haltet eure dreckigen Mäuler und hört gut zu... Hört gut zu, beide. So, wenn ich wüsste... Wenn ich wüsste, welches von euch beiden Arschlöchern den Brand gelegt hat, würde ich ihm den Hals umdrehen. Aber meine Zeit ist abgelaufen. Ich werde in diesem Scheißbett sterben. So, aber es gibt noch Familiengeschäfte zu führen. Der Name Palermo ist alles, was wir noch haben. Ihr übernehmt also die ehrenhafte Aufgabe, ihr dreckigen Wichser. Kapische? Wir wissen, was zu tun ist, Dad. Na, dann geht mal. Achso. Pass auf dich auf. Es ist noch nicht vorbei, Nico. Ohne Essen werden die Häftlinge in ein paar Tagen die Mauer niedergerissen haben. Wir müssen das Gefängnis sichern, bevor es zu einem Aufstand kommt. Das ist der Einsatzbildschirm. Von hier aus können Sie den taktischen Einsatz all Ihrer Wachen steuern. Setzen Sie Wachen in allen Zellenblöcken und Räumen ein. Weisen Sie Stationen in der Gefängnisumgebung zehn Wachen zu. Das sollte reichen, um Stärke zu zeigen. Außerdem will ich eine Patrouille im Innenhof, wo wir die neuen Anlagen bauen. Aha. Wenn Sie einmal nicht wissen, was Sie tun sollen, dann füllen Sie die Maus wieder über den Dings und dann werden die da 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 da. Ja, genau. Dann eine Patrouille. So. Haben wir zwei sogar. Wir haben noch vier Arbeit vor uns. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit dem Wiederaufbau von Küche und Kantine zuwenden. Zuerst müssen wir die Küche wieder aufbauen. Dazu müssen Sie diverse Geräte installieren und ein paar Köche einstellen. Ist das getan, bauen Sie eine neue Kantine. Jawoll. Machen wir. Fangen wir gleich damit an oder später? Ne gleich, ne? Aua. Sind Sie mit allem fertig, fangen die Köche automatisch an, Mahlzeiten für das gesamte Gefängnis zuzubereiten. Wenn Sie sich irgendwann einmal nicht sicher sein sollten, was Sie zu tun haben, dann fühlen Sie die Maus über den Zeigeraufgabenhilfe, um sich die Chips anzuzeigen lassen. Ja. Ach, Gottes Willen. Ich muss doch alle wieder aufbauen, wenn die das angezündet haben. Wir haben den Zugang benötigt. Ja. Kriste doch. Kriste, jawoll. So, was muss da rein? Da muss eine Tür rein. Was machen wir denn da für Türen rein? Hier, große Gefängnistüren. Aber... Ich mach erstmal eine kleine Reihe. Ich würde die großen Gefängnistüren schon gerne in der Mitte machen. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, war schon richtig. Das war die Mitte. Ach, Mädels. So, baut mal eben. Macht mal ein bisschen hin. So. Dissenraum ist fertig. Da müssen wir nochmal eben, zack, eine Wand durchziehen. Den geben wir in den Elektronik-Kram. So, da hin. Abreißen, abreißen. Da rüber. Da kommt der Hahn hin. Oh nein, jetzt sind die Toiletten ohne. Oh mein Gott. Macht nix. Gibt hier Schlimmere. Trifft. Ja, so wie immer noch kein Rohr. Na, wo ist das? Ja. Auf. Sägerst. so ja alles klar ich habe mich gerade gewundert was da steht ja ich würde jetzt aber gerne erstmal die küche hier fertig machen so bevor ich anfange hier irgendwas anderes machen so ein herd wir machen erst mal einen kühlschrank also ein ist gut 3 4 5 6 stück so wieder machen wir 1 2 da kommt er hat 3 4 ja machen wir so zack so die werden wahrscheinlich alle wieder einen stromanschluss brauchen so wie ich das kennen na ja wir können ja schon mal noch ein paar fenster einbauen hier so so na na los auch fertig oh wir haben den müller ganz schlimm keine mülleimer da drin das gibt ärger so wir brauchen da wasser haben wir und strom brauchen wir auch dann haben wir überall strom ja dann haben wir die küche auch schon fertig wenn sie denn die stromkabel fertig haben dann haben wir die küche fertig ja genau ja jawohl so mindestens acht köche meine mit macht zehn so dann fangen wir an mit der kantine wir brauchen eine kantine wir machen hier eine kantine rein ich bin mal gespannt wie weit wir das soweit ja wie weit ich das fertig krieg serviertisch so ich bin da ja leider ziemlich genau genau das habe ich nämlich gewusst da fehlt einer so weg 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 und da einmal bauen wie hoch war das ding jetzt 24 24 ah mal gucken so kantine ja hier gibt es aber leider noch nix ja hier gibt es aber leider noch nix so serviertisch und zwar ein da hin ein da hin ein da ein da eine in der Mitte so 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 dann haben wir glaube ich hoffentlich genug serviertische ich möchte jetzt gucken wie das mit den bänken anhaut zwei freilassen eins zwei ja top ist noch nicht ganz so wie ich es haben wollte aber egal das geht auch so 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 dann 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 eine bank neben der anderen ach das ist aber keine bank das ist ein tisch Mist so so könnten wir mal gleich vorher gucken sollen einmal rüber und einmal runter ob das passt naja ich weiß so sieht das auch gar nicht verkehrt aus ne aber es passt nicht es geht nicht auch so 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 lassen wir das das sieht gut aus da bin ich mit zufrieden und ihr 100 pro auch ihr müsst damit zufrieden sein na na wo war das denn eben hier he kleiner schwächer anfall oder was so alles mit bänken verstanden he erstmal ziehen wir hier noch ein bisschen erstmal reißen wir die alten kabel noch weg so den kram auch noch das kommt weg denn genau wir nehmen von da strom gehen dann da mit rüber so gehen dann da hoch und da das sollte eigentlich ausreichend bin ich mal gespannt oh die ersten sind ducke ganz schnell Okay. Tadaa. Oh nö. Jetzt schon Strom weg. Na gut. Tja. Da reicht unser Strom nicht. Jetzt haben wir kein Wasser und keinen Strom. Super. Bim, 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 bim. So einschalten. Zack, haben wir wieder Strom. Geht doch. Ah, jetzt gibt es doch was zu essen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ah, ich stimm mal noch mal zwei Küche rein. So. Hab da nicht dran gedacht, dass ich zwölf Tücher hab. Äh, zwölf Herde. Oh, gleich wird's voll. Wieso hab ich eigentlich 90 Häftlinge? Ja. Naja. Ja, hier sitzen alle nur hier. Naja. Oh. Hm. Hier haben wir ein Maupackert rein. Und da kommen weiße Fliesen rein. Ich wollte ja noch eine Tür bauen. Und zwar eine Doppeltür. Das sieht gut aus. Da bin ich mit zufrieden. So. Machen wir mal noch den Mülleimer. Die Mülleimer. Die Mülleimer. Ah, wunderbar. So. Sie werden nicht glauben, was mir gerade berichtet wurde. Ah. Was kommt jetzt? Guck. Und was ist das? Kokain, ja? Ja. Unsere Leute waren gerade dabei, die verdorbenen Lebensmittel zu entsorgen, als sie in den Kisten Drogen und Flaschen mit Alkohol entdeckten. Wir verdächtigen. Wir verdächtigen die Familie Palermo. Ja, schon seit geraumer Zeit des Schmuggelns. Aber wir konnten ihnen das nie nachweisen. An manchen Tagen kommt ein Übel zum anderen. Ja. Don Victor Palermo Boss einer der gefürchtetsten Mafiafamilien der Ostküste. Die Palermo haben das FBI Jahrzehnte lang an der Nase herumgeführt. An Anthony Palermo, der älteste Sohn von Don und dessen natürlicher Nachfolger war für das Tagesgeschäft verantwortlich. Nico Tamuretti war zwar ursprünglich kein Familienmitglied, wurde aber aufgenommen, als er Dons einzige Tochter Vitalia heiratete. Und dann ist noch sein Sohn... Äh, dann ist noch Sonny... Sonny? Sonny? Naja gut. Der zweite Sohn von Don. Ein echter Fiesling. Ein Temperament wie ein Pitbull und nur halb so viel Grips. Ihr Empfehlung umfasste den Drogenhandel von Maine bis Florida. Zumindest bis Anthony in Flagranti erwischt wurde. Ah, guck an. Er wurde von einem eifersüchtigen Ehemann erschossen. Weiß ich, den hab ich gegrillt. Zum Pech für die Familie fand die Polizei am Tatort in Antonys Sporttasche 12 Kilo reinstes Kokain. Und die Beweise führten bis hoch zum Familienoberhaupt. Tja. Hast genommen. Über Nacht fiel alles, was sich die Familie Palermo aufgebaut hatte in sich zusammen. Das FBI hatte alles was es brauchte um sie im Gefängnis verrotten zu lassen. Na, sperren wir ihn mal ein. Fehlt noch Vitaya, die Tochter von Don. Und einziges lebendes Familienmitglied, das nicht hinter Gittern ist. Wir wissen nur wenig über sie, abgesehen davon, dass sie immer aus dem Familiengeschäft rausgehalten wurde. Aber irgendjemand muss die Drogen von außerhalb reingeschmuggelt haben. Wir könnten es hier mit einem ernsthaften Drogenproblem zu tun haben. Aber darum können wir uns jetzt nicht kümmern. Küche und Kantine sind fertig und Einsatzbereiche. Unsere Köche bereiten Speisen für alle zu, womit sich die Lage etwas beruhigen sollte. Machen wir es. Ich mache mir Sorgen, weil das Feuer eindeutig auf Brandstiftung zurückzuführen ist. Das darf nicht noch einmal vorkommen. Installieren Sie eine Sprinkleranlage über der neuen Küche und der Kantine und schließen Sie sie an die Wasserleitung an. Ja. Alles klar. Alle Häftlichen haben Bedürfnisse und diese Bedürfnisse wirken sich direkt auf ihr Verhalten aus. Im Moment sind alle furchtbar hungrig. Deswegen auch das ganze Geschrei. Mhm. Essener ist eins ihrer Hauptbedürfnisse und wenn sie das nicht befriedigen, droht ihnen jede Menge Ärger. Ein Gefängnis ist immer nur wenige ausgefallene Mahlzeiten von einem ausgewachsenen Aufstand entfernt. Über den Bedürfnisbericht können Sie die Bedürfnisse Ihrer Häftlinge kontrollieren. Sie können ihn normalerweise über das Berichtssymbol rechts unten öffnen. Mhm. In diesem Bericht werden die Bedürfnisse aller Ihrer Häftlinge angezeigt. Rot bedeutet, dass viele Häftlinge wütend sind, weil das Bedürfnis nicht befriedigt wird. Wie zu erwarten ist Essen für praktisch jeden Rot. Aber diese Häftlinge sind auch sehr gelangweilt. Bedürfnis und Unterhaltung. Und das Gefängnis befindet sich in einem ziemlich dürftigen Zustand, was sich in den Bedürfnissen Umgebung und Kleidung niederschlägt. Also, Gefängnisarchitekt ist es Ihre Aufgabe zu entscheiden, um welche Bedürfnisse Sie sich zuerst kümmern. Sie können zum Beispiel Fernseher in die Zellen anbringen, damit die Häftlinge eigene Beschäftigung haben. Und ein paar Hausmeister einstellen, um das Gefängnis aufzuräumen. Oder Sie ignorieren die Bedürfnisse und Häftlinge und verlassen sich auf hohe Gewalt, um Ihr Gefängnis unter Kontrolle zu behalten. Das überlasse ich Ihnen. Alles klar, aber mehr dazu in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss!